Heute beginnen wir mit den Kommentaren und dann den Kurznachrichten und dann den Tagesthemen. Ja, dann richten wir nur kurz das Tagesbild. Ja, ich glaube, so sollten wir es lassen. So, Kommentare, wo sind sie? Wir googeln also Weltrat der Weisen Forum. Hier, Weltrat der Weisen Xobor Forum. Dann kommen wir auf Weltrat der Weisen, Weltrettung, ja danke, klicken auf Kommentare aus Internet und so weiter. Und dann bin ich erst mal im ersten Bereich, drei positive Kommentare. Sie müssen mit ihrer sehr guten Aufklärung mehr Leute via Internet erreichen. Ja, hoffentlich schaffen wir das bald zusammen mit wir 2020. Das wäre schön. Meiner Meinung nach sagt Dylan hier etwas sehr Wichtiges. Genial gesprochen, super toll. Dylan übrigens ganz großes Kino. Ihre Beiträge sind immer sehr, sehr gut recherchiert. Vielen Dank. Ja, Props für X professionelle Quellen. Ich finde Ihre Fragen überaus hilfreich, um Licht in die Sache zu bringen. So viel sozusagen, um zu zeigen, liebe Linksextremisten und Rechtsextremisten, die vernünftigen Bürger finden uns sehr, sehr gut offensichtlich sozusagen. Also schalten Sie weg und bleiben Sie im Irrtum. So, neuere Texte aus Internetdiskussionen. Da schreibt jemand, ich habe ja die Corona-Demo bis nachts um drei Uhr über verschiedene Kanäle angesehen. Es wurden aber so viele Themen auf der Demo angesprochen, dass mir eigentlich das genaue Ziel fehlte. Die Aussage Freiheit und Friede ist sehr oberflächlich. Ja, das würden wir natürlich genauso sehen von den nextscientistsforfuture.de. Alles ein Wort. Ja, denn das ist doch klar. Wir sagen, wir brauchen eine grundsätzliche Reform, die die Fehlanreize und damit die Ursache für die vorteilbringenden Irrtümer und also auch die Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtümer, wie wir sie bei der Schweinegrippe und jetzt bei Corona erlebt haben. Wir brauchen diese 20 Reformen der nextscientistsforfuture. Und so hoffe ich, dass vielleicht die nächste Demo dann in dem Motto steht, Fragezeichen, sind die 20 Reformen der nextscientistsforfuture der Schlüssel zu dauerhafter Freiheit und dauerhaften Frieden und so weiter, ja? Also dann wäre es sinnvoll, ja? Aber es ist richtig, bis jetzt die Demo, da fehlt eben der Lösungsausweg, ja? Und da kommen wir ja nachher in den Kurznachrichten dazu. Es wird ja jetzt immer mehr orientiert, also nicht nur wir 2020 sucht nach quasi dem Parteiprogramm der Zukunft, das uns alle Probleme löst und hat da ja mit uns Kontakt aufgenommen, sondern auch jedenfalls ein Mitglied, ein Doktor der Physik, ein sehr kluger Mann und der Corona-Ausschuss hat nochmal geäußert, dass sie sich ja noch stärker in Richtung wie soll die Gesellschaft der Zukunft aussehen sozusagen bewegen, kommt nachher nochmal kurz in den Kurznachrichten. Ja, wenn ich 100 Menschen auf der Straße anspreche, dann wollen das auch 95 davon. Ich stelle mir auch immer die Frage, rein theoretisch, Frau Dr. Merkel wird gestürzt und was dann? Ja, eben das ist eben genau der Punkt. Wenn dann nicht klar ist, dass die Reformen, die 20 Reformen der Next Scientist for Future, die Wohlfühlstimme als Demokratisierungselement, Wohlfühlstimme, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten, Wirtschaftsdaten, Wirtschaftswunderdaten, dass wir also und viele andere kleine Steuerelemente, dass wir also nicht, wenn wir dann bis dahin keine Klarheit ist, sozusagen, dass es ein grundsätzlich viel besseres politisches Reformenprogramm gibt, wie wir all die Probleme, alle auf einmal loswerden können, ja, dann ist das alles irgendwie ziemlich sinnlos, ja, denn es geht ja schon, geht doch eben darum, wie können wir ein besseres Gesellschafts- und Wirtschaftssystem machen. Und das, wie gesagt, da empfehle ich Ihnen, die Lösung wird irgendwo liegen zwischen Gemeinwohlökonomie von Christian Felber und nextscientistsforfuture.de 20 Reformenkonzept, ja. Namenlos, ganz bewusst, denn den Namen, den sollen die Bürger dann selber entscheiden, wie sie die neue Gesellschaft benennen wollen, die neue Wirtschaftsordnung, ja. Ja, und da geht es schon los bei Querdenken, schreibt der Kommentator, weil ich übertrieben 20 Leute habe mit 40 Meinungen, ja. Genau das ist der Punkt, also wir müssen darüber diskutieren, wo zwischen Gemeinwohlökonomie und nextscientistsforfuture soll die, wie soll die neue Gesellschaft aussehen, wo dazwischen liegt sozusagen der goldene Weg. Darüber muss gestritten und diskutiert werden, munter. Argumente, nochmal zur Erinnerung, Meinungsfreiheit ist nicht Beleidigungsfreiheit, Meinungsfreiheit, auch wenn die Gerichte mittlerweile sogar Beleidigungen wie Covidioten nicht als strafbare Beleidigungen mehr einstufen, ja, das ist schrecklich, ja. Aber das sieht, wir haben ja auch diese Aufweichung des Rechtsstaats, sehen wir überall, deswegen gehört ja auch die Polizeireform, die Staatsanwaltschaftsreform und Justizreform selbstverständlich zu den Reformen der Next Scientist for Future, ja. Sozusagen, wir brauchen sozusagen, es geht darum, Meinungsfreiheit meint in Wirklichkeit Argumentfreiheit, ja. Und die Linksextremisten und die Rechtsextremisten, die kennen sie ganz leicht, die denken, Meinungsfreiheit sei Beleidigungsfreiheit. Diskriminierungsfreiheit, Diskriminierungsfreiheit und Rufmordfreiheit, Rufschädigungsfreiheit, Geschäftsschädigungsfreiheit, das denken die Links- und Extremisten. Sie können quasi zurückschließen, wenn jemand diskreditiert oder beleidigt, haben sie es wahrscheinlich schon mit einem Extremisten zu tun, ne. Es hat schon am Sonntag angefangen, dass Unterstützer mit einigen Zielrichtungen nicht einverstanden sind und das auch noch öffentlich ausposaunen. Unglück. Es würden mich Meinungen dazu interessieren, weil ich mich eher als Zuschauer sehe und versuche zu verstehen. Ja, da kann ich Ihnen als dem Kommentator ganz klar sagen, ja, Sie haben bis jetzt ziemlich ignoriert unsere 700 Sendungen, die zum Beispiel man großteils findet auf News und Talks und in den Playlists. Sie finden alles nur in den Playlists. Also bitte, Internet, Fernsehen müssen Sie verstehen. So, alles Wichtige findet in den Playlists statt, weil dort jeder Sender auch die guten Sendungen anderer mit aufnehmen kann. Also ein Gesamtspektrum finden Sie immer nur in den Playlists. Ja, und Sie haben die sechs Homepages der Next Scientists for Future bisher ignoriert. Da geht es nur darum, wie muss die Gesellschaft der Zukunft aussehen und dass wir da endlich eine Klarheit reinkriegen. Was wirklich Neues habe ich bei der Demo nicht erfahren. Ja, weil eben da ein Defizit ist. Da ist eben noch die große Lücke, dass es noch keine Einigkeit darüber gibt, wo zwischen Gemeinwohlökonomie und Next Scientists for Future soll der bessere Staat der Zukunft aussehen. Da gibt es auch noch so Tendenzen wie, dass manche so träumen von irgendwie basisdemokratischen Verfassungsänderungen. Da muss ich Sie enttäuschen, ja. Es wird niemals, werden die jetzigen fast 800 Abgeordneten einer eigenen Entmachtung und einem eigenen Jobverlust zustimmen. Denn und auch wenn wir mit wir 2020 dann vielleicht 30 Prozent oder sagen wir mal 18 Prozent hätten und damit eine Koalition leiten könnten. Wir brauchen dann aber zwei Koalitionspartner, wobei diese Leute alle Angst davor haben, ihren Job zu verlieren. Also würden die niemals eine Koalition eingehen, wenn quasi ihr eigener Job zur Disposition stehen würde. Das bedeutet also, irgendwelche Bürgerversammlungen und dann muss man sich noch klar sein, mit der Wohlfühlstimme werden die Politiker, die existierenden Politiker motiviert, sich der weltbesten Experten ständig an ihre Seite zu holen. Und zwar werden sie auch motiviert, zum Beispiel im Falle von Corona sich Drosten an die Seite zu holen und Professor Bakhti und Dr. Wodak und die Next Scientists for Future und dann die Entscheidungen zu treffen. Denn die Wohlfühlstimme, wenn sie da irgendwie eine falsche Entscheidung treffen, die Wohlfühlstimme bestraft sie dann tödlich. Ich wäre gespannt, was die Wohlfühlstimme und die Gesundheitsdaten und die Langlebigkeitsdaten und die Wirtschaftswunderdaten im Moment für eine vernichtende Bilanz für jedes Bundesland, das den Lockdown gemacht hat, bringen würden. Und davor hätten dann die Politiker Angst und würden überlegen, ja, erzeuge ich eventuell durch einen Lockdown mehr Schäden bei den Wohlfühlstimmen, bei den Gesundheitsdaten und Langlebigkeitsdaten und den Wirtschaftswunderdaten, als ich Nutzen erzeuge. Und dann wäre es zu einer ausgewogenen Abwägung des Bürgerwohls, des Gemeinwohls gekommen und dann wäre es nicht zu dieser Entgleisung gekommen, wie bei der Schweinegrippe. Ja, das ist, ja. Der eigentlich wirkliche ungewollte Star und Werbeinkone war in Senator Geisel. Wenn jemand so ungeschickt in Bayern würde man sagen, der Bart argumentiert und den begangenen Fehler noch verstärkt, der sollte eigentlich still und heimlich abtreten. Wir distanzieren uns natürlich von dem Begriff, der Bart, das geht nicht, das ist keine Meinungsfreiheit. Bitte Argumente, ja, das ist nicht durch die Meinungsfreiheit gedeckt, aus unserer Sicht. Und den begangenen Fehler noch verstärkt, der sollte eigentlich still und heimlich abtreten. Rein ironisch würde ich ihm vielleicht einen Strauß, vergiss mein nicht, mit Dankschreiben senden. Naja gut, aber das war es mit diesem Kommentar. So, dann geht es jetzt zu den Kurznachrichten. Und da fangen wir an, dass sie erstmal unten rechts das Rädchen schneller drehen, weil ich ja so langsam reden will. Schluck Wasser. Bodo Schiffmann. Es gab nie eine. Er meint Pandemie. Also Bodo Schiffmann endet seine letzte Sendung mit Es gab nie eine. Und hat vorher dann von Pandemie gesprochen. Ja. ZDF habe irgendwie angedeutet, dass es ja gar keine zweite Welle gäbe. Ja, das ist, das bedeutet, man hat den Eindruck, da ist so ein ganz vorsichtiges Vortasten, so nach dem Motto, die Ratten versinken lassen das sinkende Schiff. Man schlägt sich so ganz vorsichtig auf die Seite, dass man sagt, vielleicht wäre doch der Lockdown gar nicht nötig gewesen. Ja, der vom Corona-Ausschuss, der Rechtsanwalt Füllmich äußert sehr gut, dass es eben jetzt in Richtung gesellschaftliche Dinge gehen soll. Und die Frage, also wie soll die Gesellschaft der Zukunft aussehen, dass wir eben nie wieder Schweinegrippe, nie wieder Corona bekommen. Ja, dann ist eine interessante Frage, die auftaucht. Im Moment wird sehr stark beworben, die Grippeimpfung. Freut natürlich alle, die daran Milliarden verdienen. Es wurde ja immer geäußert, dass eventuell die bisherigen Grippeimpfungen die Anfälligkeiten für Corona erhöht hätten. Ist das dann bei der neuen Grippeimpfung eventuell vielleicht auch der Fall? Bitte untersuchen. Ja, dann, was haben wir hier? Reformen. Ja, also Professor Franz Hörmann stellt auch die Wissenschaftlichkeit der Medizin in Frage. Das haben aber schon sehr viele getan, so nach dem Motto, ist das eher eine Pseudowissenschaft und eher ein Geschäft als eine Wissenschaft. Ja, da würde ich doch auch sehr stark zustimmen. Ja, Diktatorisches. Er vermutet da auch wieder irgendwas Diktatorisches. Ja, gut, kann man drüber streiten, ob das nicht zu verschwörungstheoretisch schon wieder ist. Ja, die Welt macht auch sowas wie so einen kleinen Vorstoß, den sie dann zurücknehmen müssen. Aber sie machen den Vorstoß. Sie stellen erst mal so dar, als hätte Herr Spahn zugegeben, dass der Lockdown eigentlich unnötig war, so anhand der Friseure und so weiter. Ja, und dann müssen sie es zurück, so ein bisschen zurückrudern, weil dem, dem dann der Herr Spahn teilweise wieder widersprochen hat. Ja, aber sie merken, auch die Welt versucht sozusagen sich zu öffnen für die Möglichkeit. Vielleicht war am Ende doch der ganze Lockdown unnötig. Denn Herr Spahn hat ja zugegeben, dass man zwar aus der Perspektive von damals nicht anders konnte. Ja, aber warum war die Perspektive so? Weil man die richtigen Experten nicht gehört hat, die andere Seite nicht gehört hat, Bhakti, Wodak und NextScientists nicht gehört hat. Deswegen hatte man diese andere Perspektive. Aber im Nachhinein gibt er ja letztendlich zu, dass er zum Beispiel die Friseure und auch bei den Besuchen im Altenheim oder so bei den Alten und so weiter, dass diese Lockdown-Maßnahmen nicht nötig gewesen wären. Ja, hätten sie damals die richtigen, die andere Seite gehört, dann hätten sie diesen Fehler vermeiden können. Ja, und der Hörmann, Professor Hörmann sagt nochmal irgendwas. Also irgendwie was mit Gemeinsamkeit oder Gemeinschaft von Konzernen und Staatskriminalität. Also er geht so verschwörungstheoretisch so weit, dieser Professor Hörmann, dass er also quasi sagt, ja, die Konzerne hätten tatsächlich kriminell einfach Geldmachabsichten gehabt, hätten sich also nicht geirrt, wären also nicht voll von Vorteil bringenden Irrtümern. Also die NextScientists for Future sagen ja, diese ganzen Konzerne, Pharma und Medizin und so weiter, waren voll von Vorteil bringenden Irrtümern, weil das ganz normal ist, dass diese Konzerne voll sind mit Leuten, die voll von Vorteil bringenden Irrtümern sind. Stattdessen sagt Professor Hörmann, was wir eher ablehnen, er sagt da quasi, da ist irgendwie eine Gemeinsamkeit von Konzern- und Staatskriminalität oder irgend sowas. Ja, dafür hätte ich aber gern Belege, denn sonst ist es ja eine beweislose Verdächtigung. Und von den Ärzten für Aufklärung sagt der Arzt Heiko Schöning, Ja, irgendwie organisiertes Verbrechen und Mafia, solche Worte verwendet ihr. Es gab ja früher auch schon so Orte wie Pharma-Mafia, aber die NextScientists for Future haben nur Hinweise, dass die Pharmaindustrie und die Medizinindustrie aufgrund der Fehlanreiz des Systems in den letzten 170.000 Jahren Unmengen an Vorteil bringenden Irrtümern angehäuft haben, die sie glauben und weswegen sie uns schädigen, aber sich keiner schuldbewusst sind. Und jetzt diese beiden Personen, Schöning und Professor Hörmann, haben eher unterstellt, das seien wirklich kriminelle Absichten. Also man wüsste, dass es sich um Irrtümer handelt und mache damit also sozusagen ein kriminelles Geschäft. Ja, wie gesagt, dafür gibt es in der Naturwissenschaft keine Bestätigung. Ja, also ich würde, bitte bleiben Sie lieber bei den Worten Vorteil bringende Irrtümer aufgrund von Fehlanreizsystemen. Das ist realistischer, denke ich. So, Tagesthemen. Ja, Corona hatten wir, Bodo Schiffmann hatten wir. Ja, jetzt Sarah Wagenknecht, ihre Vorstellung. Sie war ja auch wieder in einer Sendung, ich glaube bei Maischberger. Aber ganz generell sozusagen, die Grundvorstellung, die Weltprobleme seien lösbar durch eine Umverteilung von Reich Richtung Arm, das würde, hat zwei Probleme, wenn die reichen Unternehmer das Land fluchtartig verlassen, bevor die Steuern erhoben werden, verschwinden riesige Mengen an Arbeitsplätzen und Deutschland wird ärmer und wirtschaftlich weniger erfolgreich und wird ein ärmeres Land. Aber Wagenknecht hat dann ihren Willen gehabt sozusagen. Und die andere Seite ist, dass sie damit eher wieder mehr Kinder im armen Bereich und damit in dem Bereich, aus dem aller Wahrscheinlichkeit nach keine Top-Unternehmer kommen, die Arbeitsplätze schaffen und keine Top-Ingenieure und keine Top-Erfinder kommen, die in Zukunft sozusagen das iPhone in Deutschland oder in Europa erfinden. Und damit würden wir dann wieder weiterhin die Volkswirtschaft schädigen. Also alles, was Sarah Wagenknecht will, würde Europa und Deutschland schwächen und schädigen. Ja, dann sozusagen der große Irrtum. Ja, und bei Dr. Med. Rüdiger Dahlke ist ja das Grundproblem, dass er zwar die sozusagen alternative, naturorientierte Medizin befürwortet und ganz richtig gesündere Ernährung befürwortet und alles, alles richtig, ja. Aber was ihm fehlt, ist der entscheidende Gedanke, die Frage, warum sind nicht alle Ärzte so wie ich selber? Diese Frage müsste sich Dr. Med. Rüdiger Dahlke stellen. Und dann müsste er sich klar sein, das ist ein Systemfehler. Das heißt, er müsste dann erkennen, wir brauchen die Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege der Next Scientist for Future, damit jeder Arzt so ähnlich denkt wie Dr. Med. Rüdiger Dahlke, mal abgesehen von den esoterischen Entgleisungen sozusagen, ja. Aber sozusagen, da ist also der Kritikpunkt an ihm, da ist er im Irrtum. Und Kenneth M. und Markus Krall, die ja beide auch miteinander gesprochen haben, da ist halt das Problem, dass beide irgendwie noch an die Gutheit von freiem Markt und freier Arbeitsteilung glauben. Dabei verdanken wir gerade eben Corona den Gesetzmäßigkeiten von freiem Markt und freier Arbeitsteilung. Also da ist ein Widerspruch, ja. Bitte machen Sie sich den klar und ja, sozusagen, vielleicht können wir das ja dann in einer Sendung mal durchtalken, dass dieser Denk-, also dieser Wissensmangel oder, ja, dieser Wissensmangel nämlich das eben freier Markt und freie Arbeitsteilung Massen an Fehlanreizen beinhandelten, die zur massenhaften Ausbreitung von vorteilbringenden Irrtümern führen, die seit 400.000 Jahren eine Blutspur durch die Menschheit gezogen haben. Ja, und eine Leidensgeschichte der Menschheit von 400.000 Jahren zur Folge hatten, ne. Und das sollten wir mal langsam beenden, ne. Ja, und Greta Thunberg und Fridays for Future, ihr solltet euch beeilen, denn wenn, wer zuerst kommt, mal zuerst heißt es auf den Homepages der Next Scientist for Future, wenn jetzt wirklich eine Partei mit Wir 2020 wirklich sozusagen sich inspirieren lässt von den Reformen, 20 Reformen der Next Scientist for Future, wenn es dazu kommen sollte und dann Sendungen bis hin zu bei KNFM und bei RISO, Millionen-Klicks-Sendungen und das ganze Internet kontrovers diskutiert und argumentiert über die neue Partei mit den 20 bahnbrechenden Reformen der Next Scientist for Future, ja. Sozusagen, ja, da fällt mir noch ein, dass ich vorhin noch was vergessen habe, also gerade dann so in der Querdenken-Bewegung, ja, ist also noch der Punkt, also dieser Glaube an irgendwelche Bürgerversammlungen, erstens wird die Politik nicht zustimmen und zweitens werden dort nur durchschnittliche politische Ergebnisse erzielt, die zwar besser sind als die jetzigen politischen Ergebnisse, aber nicht konkurrieren können mit den Ergebnissen, die das jetzige Politiksystem mit der neuen Wohlfühlstimme und dem Druck immer die weltbesten Experten zurate ziehen zu müssen aufgrund der Wohlfühlstimme, weil man sonst abgewählt wird, zwangsläufig sozusagen, das führt eher zu Superergebnissen, während die Bürgerversammlungen und so weiter, all diese Bürgerräte und so weiter nur zu durchschnittlichen Ergebnissen führen würden und ich möchte nicht von einer durchschnittlichen Instanz regiert werden, sondern von einer superben, hochleistungsfähigen Instanz regiert werden und von daher, ja, aber nochmal abschließend zu Greta Thunberg und Fridays for Future, das G ging nicht mehr rein, müsst ihr euch natürlich denken, für die ist dann der Zug endgültig abgefahren, also wir haben denen ja schon immer gesagt, eure einzige Chance ist die Zusammenarbeit mit Next Scientists for Future und wenn jetzt also eine Partei, wenn es dann zu Millionen Klicks käme im Internetfernsehen und dann es überspringen würde auf die großen Medien, ja, in dem Moment ist natürlich automatisch dann das Angebot für den vollfinanzierten Kohlestopp 2026 und den 900 Milliarden Euro sieben Jahre Plan wird dann natürlich in dem Moment ausgesetzt, ja, und vielleicht nicht endgültig gleich, aber wird zumindest unterbrochen und wenn man dann Erfolg hätte mit der Partei oder so, dann würde natürlich dieses Angebot vollständig zurückgezogen und das würde bedeuten, dass natürlich Fridays for Future und Greta Thunberg in der völligen Bedeutungslosigkeit verschwinden würden, wo sie letztendlich ja auch hingehören, weil sie noch nie irgendetwas Sinnvolles zu sagen hatten, außer irgendwelchen nebulösen Forderungen, die quasi Deutschland wirtschaftlich ruinieren würden und schwächen würden, sozusagen, während der Ansatz der Next Scientist for Future ja quasi ein 500 Milliarden Wirtschaftswunder jährlich erzeugt und aus dem hätte man dann aus der Portokasse die Vorreiterrolle beim Klima und damit eine Weltklimaänderung einleiten können, sozusagen, aber nur, wenn die Fridays for Future auch ihren Teil dazu beigetragen hätten, nämlich die große Weltpressekonferenz mit Greta und Luisa und so weiter und Next Scientists for Future sozusagen zu organisieren und dann, dass um die ganze Welt gegangen wäre, diskutieren wir, was ist das Beste für die Welt, Next Scientists for Future oder Gemeinwohlökonomie zum Beispiel, könnte dann das Thema lauten und dann würde da kontrovers diskutiert werden, weltweit und dann würden wir eine neue Welt kriegen, ja, sozusagen, eine viel bessere Welt, aber gut, das werden die Fridays for Future verpassen, weil sie, da ihnen die Bildung fehlt überhaupt irgendetwas von irgendetwas zu verstehen und das, da ist, also, sie, alle, alle, alles, alle Forderungen von Fridays for Future würden eigentlich laut Professor Hans-Werner Sinn letztendlich nur Deutschland volkswirtschaftlich schädigen, denn es ist aus seiner Sicht ja nicht zu erwarten, dass, wenn Deutschland die Erde kühlt, dass die anderen dann auch anfangen, die Erde zu kühlen, sondern Professor Sinn erwartet eher die Tendenz, ja, Deutschland kühlt ja jetzt schon die Erde, dann können wir es ja noch ein bisschen wärmen, ja, dann können wir noch ein bisschen billige Energie benutzen, ne, ja, und, äh, das ist der Punkt. Ja, ich glaube, wo ist es, das war es schon wieder mit unserer heutigen wissenschaftlichen Tagesschau, mit den Tagesthemen und in unserem wissenschaftlichen heute Journal, Tschüssi, bis bald. Tendenz, vausereein, vausNT, vausNT, Vielen Dank.